hallo 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 hier ist wieder euer fox ach guck mal meine nächste ist da und frosch im hals so ich wollte ihnen heute etwas zeigen was ich im letzten video schon gesagt habe diesen weg so da gehen wir doch einfach mal hier längst das wird ein etwas längerer spaziergang und ich nehme diesen schwert in der hand das war eben keine tatte die ihr gehört habt ich brauche mal ein bisschen nahrung in meinem haus was hältst du davon ja und da tue ich gleich hacken oh guck mal ich habe mir eine eigene kiste höre ich gerade cool ja soll ich dir eins machen wie du es möchtest oder aus holz wenn man nicht die ist erst fünf und ja sie ist dann noch nicht so ganz so richtig drin was minecraft angeht so jetzt sind wir mittlerweile in der wüste gebrannte stein aber der weg geht noch ein bisschen hoppla ich habe mein mikro gerade nicht angeschlossen daher kann ich mit tati ähm nicht drehen oder doch sie könnten vielleicht übern ähm ja ich bin das hier kameramikro hören weiß ich aber jetzt nicht aber mcgyver ist auch gerade beigetreten habe ich gesehen und so sehen die aus schön dass er sich die stadt auch mal angucken kann und wie ihr seht es ist wirklich ein verdammt langer weg ich habe gerade woanders man sollte dich vielleicht echt nicht ablenken lassen mhm hier willst du es denn haben gut 2,3,4,5 hohohoho wie möchtest du es denn haben aber ich schätze mal ihr könnt doch schon ahnen wohin das führt ein paar und so oder lieber wie Onkel oder 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 hier habt ihr recht gehabt ist wieder neue Mine Quatsch das was jetzt äh was ich machen wollte findet man jetzt hinterm hügel ist aber fast das gleiche wie Mama also auch zweistöckig wird es Da, ein Dorf, ein Dorfbewohnerdorf, bis auf einen Punkt, da ich das hier schon abgesichert habe, also wirklich abgesichert mit Mauern, so wie bei uns auch, aus dem Grund, da wird das als unsere Handelsstadt behandeln möchten. Hier habe ich auch schon mittlerweile ein Eisengolem hingestellt. Wo ist er? Hier ist schon mal einer und hier kann man dann so ein bisschen handeln. Hier sollten aber ein paar mehr rumkaspern, ist nur einer. Hier ist einer, hatte ich den eben gerade nicht angeguckt? Ne, da scheint ein anderer zu sein. Ja, hier steht auch noch einer. Ach, hier kommt noch mehr. Schön. Dann leider habe ich auch gar nichts zu handeln. Ja, hier ist der Eisengolem. Die Stadt wird höchstwahrscheinlich auch noch ein kleines bisschen schöner gebaut. Muss einfach auch ein bisschen, damit es nicht so, ja, gestimmt wird. Hier musste ich den Stein hin tun, wegen hier erstmal. Wegen der Tür. Ah. Schauen wir doch mal aus der Tür. Willst du eine Steintreppe oder eine Holztreppe? Das ist ja die Tür, woher wir kommen. Hier habe ich auch ein, zwei, drei Balken mal hingemacht, um ein paar Pferde, ähm, halt hinzustellen, abzulagern. Guck mal wer da ist. MacGyver. Leider kommt man mit dem Pferd hier nicht durch. Da müsste er so gesehen eigentlich nur rüberspringen. Und los. Und los. Und los. Komm. Hat er nicht geschafft. Und los. Jetzt streng dich an und. Mal gucken. Es wird dunkel. Und yeah. Super. Und wir springen. Hat er gut gemacht. So. Und die Tür muss so. Sehr schön. Dann habe ich hier auch noch reichlich Licht. Ich bin mal zu sicher, dass wir hier noch ein Stück Licht hin tun. Und hier packe ich lieber im Schatten noch ein Hand. Okay. So. Dann würde ich auch sagen, dieses Dorf habe ich euch dann mal gezeigt. Eigentlich war da einer. Und hiermit beende ich dann auch mal dieses Video. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen Spaß gemacht. Und ja. Das ist. Ja. Mir gibt es eigentlich nicht zu sagen. Dann sage ich einfach mal. Tschüss. Euer Fox aus dem Foxy City. Bye.